. So, noch lange Zeit mal wieder spielen. Wo gehe ich da jetzt? Ist gut. wie kann er denn bitte in dem tier sein und es nicht ich weiß gerade auch nicht mehr aber ich habe ja noch die ewigkeit nicht mehr gespielt gab da kann man es mir vergeben oder oh fuck wir gegen den katapulte oh scheiss katapulte oh oh jetzt schießen oh scheiße ihr seid zu lahmarschig gewesen jungs ja jetzt schießen mein Problem ist ich kann hier nicht nirgendwo eine position aufnehmen weil mich sonst katapulte abfeuern oh blödes katapulte jetzt feuer schieß dreht euch um oh nicht euer ernst jetzt oder doch nicht wenn ich hier lauf die Pumschutz euer ernst jetzt ich bin hier im arsch ich kann nicht stehen bleiben ich kann überhaupt nichts machen dagegen ich bin hier im arsch ach da stand diese scheiß katapulte ach da stand diese scheiß katapulte ja aber da hat uns haben weniger leute die benutzt doch da habe ich ab und zu mal eines gesehen aber nicht die ganze zeit ich habe gerade mit einem schieber fast die gesamte feindliche einheit umgehauen weil die gerade so alle auf fünf zentimeter drauf standen naja meine bogen sitzen anders ein kommentar ist übrigens tot Meine letzte Einheit geht gerade auch drauf. Meine letzte Lackauf-Einheit geht gerade auch drauf. Wer durchgesucht hat, hätte ich nicht sogar gesagt, guter Schuss von dem Ding, aber nicht mehr meine Einheiten trifft. Entschuldigung. Ich treffe deine Einheiten gar nicht mehr. Du konntest ja meinen Einheiten mal helfen, aber nein, abseits in Ruhe überhaupt nichts. So, war wieder typisch... Ach, du triffst sie. Freundlich Feuer. War ja klar, stehen zwei Soldaten von dir rum und ich triff die natürlich. Ich bin nicht den Gegner, wieder Freundlich Feuer, ach komm, wird das rum. Du konntest, weil es mir lieber gewesen wäre, wenn du mal deine Hopliten rüber geschickt hättest. Nee, ich muss ja meinen Katappel schützen. Mir wäre lieber gewesen, dass du jetzt nicht so aggressiv gespielt hast. Ja, kurz, ich wollte eigentlich hier oben die Furt abdecken, dann habe ich schon die ganze Zeit die ganze Pulte beschossen. Dann Rückzug. Nicht drauf los. Auf. Wurfe ist dieser Katapult wahrscheinlich ausgeschaltet. Der Gegner hat da übrigens Katapult im Lager Du solltest besser mal das feindliche Lager bombardieren Ich hoffe, dass du immer ein paar von den Feindigersbelangsläufer erwischt Na gut, oder du greifst da oben die ganzen Mopliten an, die gerade nach oben latschen Ja, hier ist der Miker er ist gut 3 der treibt geschützene katapulte wundert mich nicht wie gesagt was macht der nahekämpfer denn der geht nicht auf die katapulte oh scheiße mir hat gerade die ganze Bogenschütze mit gescheitert die nahekämpfer so einer von meinen Hobbiten hat überlebt der krieg ist gerade mit dem ganzen Verteidigungszeug langsam dem fluss entgegen dieser oder greifer müssen die Bogenschützen an der gerade hinten ankommen ja vorsichtskönen da kommen gerade komplette auf deine katapulte zu ja nochmal genau wie in die selbeweise ach so scheiße kaolo oh oh ja persönlich finden sie die ne ich finde sie ist mein Pick doch deine Obliten da rüber. Oder hast du sie gerade mit deinem eigenen Katapult abgeschossen? Nein. Es ist schon toll, dass sie dich jetzt ganz leicht umreiten werden. Also mit der Katapult gerade weggeschreitert von Bogenschützen. Wir sind auch schon am Ketten. Verdammt, nicht schnell genug. Wie du sie schlägst. Gräse! Für Sparta! Für Gräse! Ah! Es ist doch schnell genug. Es ist doch schnell genug. Oder? Es ist mir auch geschmeid, ob man auch siehst. Eben nicht, ja. Mal schauen. Ah doch, es gab... Nein, dort nicht. Nein, die Kommando-Viktor. Ein Bonus-Gold steht immer noch da. Aber ich hab keine... Ah doch, ich hab ein Premium-Account. Ah, cool. Passt. Ah! Ah!